und willkommen zurück zu euer keksgamer bei trims im welt ja in der letzten folge haben wir eine mission gestartet umstieg in der schummern station problem war nur wie ihr schon gesehen habt ihr habe ich keine weiteren infos bekommen deswegen standen wir die mission noch einmal nur dass die fahrt vom den einen bahnhof bis zum hauptbahnhof wenn ich das mal werde ich in einem zeitraffer machen weil das haben wir ja schon einmal gesehen das müsste er nicht noch mal sehen wenn das okay ist ich glaube schon umstieg an der station waren wir mal auf unterzug hier ist auch schon was los auch schon paar leute hoch was ja hier richtig cool findet man kann ja nicht nach unten und hier über die straße gehen und man kann einfach so auf die andere seite gehen man hat hier nicht viel freiheit aber man kann auf die andere seite kommen das ist echt cool gemacht so da warte ich noch auf mein zug wer jetzt auch kommt steigen wir mal irgendwo vorne ein würde ich sagen hier geht es auch runter ist das cool man jetzt mal die leute aussteigen lassen vor allem viele hier aussteigen wo setzen wir uns denn hin ah setzen wir uns hier beste sicht haben wir da jetzt auch nicht hier ist besser okay und dann würde ich mal sagen bis gleich an der station scharfsteak station bis dahin bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis match das bis yani bis Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Da sind wir. Ich hoffe, dass es war okay, sodass ich das ein bisschen übersprungen habe, die Fahrt hierhin. Wir sind jetzt auch gleich da, steige hier raus und gehe zu Gleis 2 und ich hoffe, dass das dann auch klappt. Hier ist auch was los. Er fährt aber weit rein. Okay, jetzt kommt der Lampson zum Stehen und hält jetzt an. Okay, dann gehen wir zum Gleis. Und gucken mal, ob das dann klappt. Letztes Mal hat es ja nicht geklappt. Gleis 6. Zure Zeit. Ich glaube, ich kann auch hier durchgehen. Ich kann auch noch rum. Das ist auch gleich 6. 2. 2. 3 und 2. So, und hier soll ich jetzt warten auf mein Zug. Der Zug kommt in kürzer an, sobald die Türen aufhören, können sie sich einstellen und Fahrer auflösen. Okay, werde ich machen. Lassen wir mal die Fahrgäste aussteigen. So, dann steige ich mal ein. So, jetzt bin ich dann dran. Lass mal noch die Fahrgäste einsteigen. So, einmal die Türen verriegeln. Und das werden wir auch jetzt machen. So, beide Schlüssen einmal ziehen. Dann machen wir mal den Rechtswender vorwärts. Erstmal die Schlüsse ziehen. Ähm, halt auch an. Vorwärts. Und dann Gas geben. Einmal die Bremse. Testen. Bremse funktioniert. Dann können wir normalerweise losfahren. Eingeschaltet. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Liebe Fahrgäste, ich wünsche Sie eine ganz herzlich willkommen an Bord der M7 Richtung KF Grattens. Liebe Fahrgäste, ich wünsche mir ein Gaske. Liebe Fahrgäste, ich wünsche mir ein Gaske. Liebe Fahrgäste, ich wünsche mir ein Gaske. Ich wünsche mir ein Gaske. Liebe Fahrgäste, ich wünsche mir ein Gaske. 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 und zu und weiter geht's und zu Können wir mal beschleunigen, glaube ich. Und seine Side ist Forst Heels. Planmäßig um 14.28 Uhr. 20. Ausstieg in Fahrt Richtung rechts. Und wieder die Türen verriege. Guck mal, hier kann man runter. Ich muss schon sagen, echt ein schönes Modell. Wir müssen sowieso hier ein bisschen warten, weil wir sehr planmäßig zur Zeit sind. Da können wir ja ein paar Sachen mal aufsammeln. Oh, ein schöner Bahnhof. Aber irgendwie wird viel zu kurz. Das Bahnhof ist doch ehrlich nicht dafür da, dass man mit so einem langen Zug hier reinfährt, oder? Ich will ja nichts weiteres sagen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich will ja gleich mal gucken, wie weit ich fahren werde. Ich kann auch schon mal rüber rennen, ich muss gleich losfahren. Dann können wir die Tür zu machen. Und weiter geht's. Guck mal, ich glaube sogar, wie gesagt, das ist jetzt unsere Endstation dort. Ich glaube schon, wir fahren bis dahin. Ich glaube schon, wir fahren bis dahin. Oder wir fahren sogar weiter. Guck mal, wie groß das hier eigentlich ist. Hier auf dem bin ich auch mal gespannt. Und mal sehen wir uns. Warte mal, ich will mal gucken, weißt du wie das hier aussieht, ob das von den anderen DC ist, was ich schon mal hatte, was schon im Spiel war, wo man auch den einen Schnellzug fahren kann, ist ein Schnellzug, oder, weiß ich jetzt gerade nicht, sieht sehr ähnlich aus, müsste ich gleich mal nachgucken, nachher, wir können ein bisschen fahren, so, jetzt können wir minimale Leistung machen, gerade waren Ladefehler auch mal gut, so, jetzt können wir mal ein bisschen bremsen, das müssen wir mal gleich mal nachgucken, ob das wirklich so eine erweiterte Karte ist, wenn die Zeit noch teuer ist, das kann ich mir vorstellen, liebe Fahrgäste, unser nächster Halt ist, wo diese, planmäßig, heute um 14.31 Uhr. Ausstieg in Fahrt Richtung Rex, der Bahnhof ist lang, ich glaube hier passt der Zug problemlos rein, fahren wir auch mal bis zum Ende hin, dieser ganze Zug auch rein, passt, perfekt, einmal Schüsse wieder, ach, Schüsse war schon drungen, ok, Tür auf, lief doch echt gut heute, mal kurz mal gucken, mal kurz mal gucken, ob ich auch passend drinnen bin, oder, kurz mal reinsetze, hintere Fahrzeugkamera, und, ja, der Bahnhof ist hier perfekt, perfekte Länge hat der hier, auch hier muss ich auch Bahnschiehen, aber ich kann die Tür mir jetzt zumachen, Hinsetzen wieder, Bremselöser, und, weiter geht's, wo fahren wir jetzt hin, und dann beschleunen wir mal hier, herr. Wir schauen hier, Bremselöser, wir arbeiten hier, wir arbeiten hier, wir arbeiten hier, wir arbeiten hier und da sind, Ui, es geht runter. Das ist aber eine schöne Strecke, finde ich. Das ist mal viel, gar nicht so schlecht. Oh, jetzt muss ich auch bremsen. Mir kommt das dir sehr bekannt vor. Naja. Das ist aber nicht so schlecht. Oh, hier sind auch Stromleitungen. Oh, hier sind auch Stromleitungen. 14.35 Uhr. Das ist ja noch nicht mal da und ich brems schon viel zu viel. Das ist echt eine schöne Strecke. So, dann fahren wir auch hier mal wieder bis zum Ende hin. Versuchen wir es. Oh, das ist ja normal. So, das war wohl die falsche Seite. So, das ist doch die Strecke, oder nicht? So, das ist 100% sicher. die Tür verriege. So, stellen Sie den Zug auf Class 1 im Rome City ab. Okay, wo ist das? So, ich dachte erst mal soweit fahren. So, dann fahren wir erst mal soweit, oder? So, so, so 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 dann sind wir gleich schon, hoffe ich. Ich hoffe, die weißen sind alle richtig eingestellt. Ja. Also, hier ist so ein Regierbarhof für die Züge. Ich finde die Welt voll schön. Okay, machen wir. Oh, alles aus. Aus. Kenne ich aus. Alles aus, 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 aus. Ich glaube, wir haben hier alles. Ne, ist die Notbremse schon drinnen, sozusagen. Welch steigt? Ich steig mal die. Sie sieht sicher aus. Es geht diese Tür nicht zu. Ich weiß nicht, wie man in den Zug das Licht ausbekommt. Ich weiß nicht wie man in den Zug das Licht ausbekommt. Aber wenn ich jetzt mal hier gucke, äh, da kommt man schon gar nicht rein. Okay. Dann geh ich mal jetzt ab zum Büro. Ob ich die Zug nicht hier stehen lassen darf, verstehe ich auch nicht. Wird schön hier. Dann war es wohl geschafft heute. Uh. Das heißt, wir hatten fünf Minuten Verspätung gehabt bei der letzten Haltestelle. Nein. Kann ich bemerkt, dass ich so spät da drinne war. Aber gut. Wenn das später sagt. So. Ja. Das war es dann für heute. Würde ich sagen. Und freut euch auf den nächsten Part. Bei. Euer Kicks Gamer und. Tschüss. Tschüss.